Erinnert ihr euch noch daran, wie ich vor einigen Wochen in einem Video über Glas, den vierten Band vom Dunklen Turm, geredet habe? Aber ich fand dieses Buch stinklangweilig. Ich würde sagen, holt euch was Leckeres zu trinken oder zu essen, macht es euch gemütlich und freut euch darauf, was ich über Wolfsmond, den fünften Band vom Dunklen Turm, zu sagen habe. Ja, liebe Leute, herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Ich glaube, der Dunklen Turm, der hat sich schon sehr, sehr gezogen bei mir bisher. Ich habe ja 2019 schon angefangen mit dem ersten Band. Damals hat der mich noch, also der war schon spannend und gut, ich habe den schon schnell durchgelesen, aber es hat mich damals auch ein bisschen frustriert, dieses Unwissen. Das war ein bisschen so ein Dämpfer am Anfang noch. Beim zweiten Teil, der war für mich ein geniales Fest aus Action und Fantasy. Es war wirklich krass und er hatte gar keine Längen tatsächlich für mich. Dann kam Band 3, der auch sehr gut war, aber vielleicht nicht ganz so gut wie Band 2. Und dann kam eben Band 4, Glas, der mich so, so gelangweilt hat. Das könnt ihr hier ein bisschen ausführlicher hören. Verlinke ich mal gleich die ganze Playlist mit allen Videos zum Turm von mir. Und jetzt kam eben Wolfsmond, der tatsächlich mich dazu gebracht hat, wieder mehr zu lesen. Ich habe dieses Jahr generell verhältnismäßig wenig gelesen. Ich weiß nicht, was dieses Jahr der Wurm drin war. Da rede ich auf jeden Fall in meinem Jahresendvideo noch mal genauer drüber, dass es in ein paar Tagen kommt. Und spezifisch habe ich auch in letzter Zeit sehr, sehr wenig gelesen. Ich weiß nicht warum. Ich habe eben gesagt, ich bin gerade nicht so motiviert. Ich habe gerade nicht so Lust. Ich habe andere Dinge zu tun. Ich habe immer diesen bekannten Satz gesagt, ich habe keine Zeit fürs Lesen. Und dieses Buch hier hat mir eben gezeigt, wie unfassbar dumm dieser Satz ist. Ich habe keine Zeit. Man muss sich die Zeit einfach nur nehmen. Für dieses Buch hier habe ich mir die Zeit halt einfach genommen. Ich habe es zum ersten Mal seit tausend Jahren mal wieder geschafft, ein Buch von 900 Seiten so schnell zu lesen in, glaube ich, zweieinhalb Wochen. Ich habe jeden Tag mindestens 50 Seiten geschafft. Und das habe ich wirklich dieses Jahr, glaube ich, mit keinem anderen Buch geschafft. Und bevor ich jetzt anfange, über Wolfsmond zu reden, gebe ich diesmal tatsächlich eine Spoilerwarnung. Weil ich das jetzt beschlossen habe, dass ich hier Spoiler, aber ich denke mir, die meisten Leute, die das anschauen, kennen es wahrscheinlich eh schon. Falls du den Dunklen Turm noch gar nicht gelesen hast, ey, dann hör dir doch nicht als erstes ein Video zu Band 5 an. Und wenn du alles bis auf, also wenn du alles bis Band 4 gelesen hast, dann kann ich an dieser Stelle nur sagen, lies Wolfsmond auf jeden Fall, lies es weiter. Das ist alles, was ich spoilerfrei sage. Alles, was jetzt folgt, enthält Spoiler. Ihr seid gewarnt. Und schon allein die erste Szene, dieser Prolog, wie wir in dieses Dorf eingeführt werden, Calabrine Sturges, wo wir diese mysteriöse Gegebenheit kennenlernen, dass ungewöhnlich viele Zwillinge geboren werden und eben, dass da in so einem Zyklus von 24 Jahren oder so wieder immer diese Wölfe kommen, wo wir nicht so richtig wissen, was sind diese Wölfe, was hat es mit ihnen auf sich. Das mit dem Zyklus erinnert natürlich so ein bisschen an S tatsächlich. Ja, und dann kommt dieser Roboter Andy, der jetzt diese Prophezeiung macht, dass die Wölfe wiederkommen werden und die Kinder mitnehmen. Und wenn die Kinder zurückkommen, dann werden sie geistig behindert sein. Und der Rat wird einberufen und es wird überlegt, was kann man jetzt machen. Und dann kommt der eine und sagt, die Revolvermänner sind unterwegs. Sie können uns helfen. By the way, hat es mich immer gestört in der deutschen Übersetzung, dass die Revolvermänner, Revolvermänner sind, wenn da eigentlich definitiv auch eine Frau dabei ist. Es sind halt im Original Ganslinge und da ist es nicht so das Problem, aber im Deutschen ist es so, die Revolvermänner und auch Susanna als einzelne Person wird irgendwie Revolvermann bezeichnet. Das ist so bescheuert irgendwie, aber lassen wir das Thema, das fassen wir mal nicht auf, lassen wir das. Fand ich einen genialen Einstieg auf jeden Fall und es hat mich wirklich gefesselt, schon allein die Stimmung, dieses Düstere und dieses Mystery und tatsächlich auch Western-mäßige. Also ich glaube, so Western-mäßig war es noch in keinem Band davor. Das hat mir sehr gut gefallen und dann natürlich generell im fortschreitenden Buch, dass es immer mehr um den dunklen Turm wieder geht. Wir haben nicht 900 Seiten Backstory über Rowland und seine verflossene Liebe, sondern wir haben 900 Seiten über Dinge, die alle irgendwie mit dem dunklen Turm oder mit K zusammenhängen. Wir erfahren mehr über die Rose in New York auf diesem unbebauten Grundstück, die wir schon so ein bisschen kennen, aber die jetzt noch viel genauer gezeigt wird, wo noch viel genauer gezeigt wird, dass die jetzt wirklich krass mit dem dunklen Turm zusammenhängt. Der Turm und die Rose sind im Grunde eins, zwei Seiten von der gleichen Medaille, könnte man sagen. Und man erfährt so ein bisschen die Gefahr, die jetzt droht, dass eben diese Leute dieses Grundstück kaufen wollen, auf dem die Rose steht. Dadurch ist die Rose in Gefahr und dadurch ist das ganze Universum in Gefahr. Das K und alles ist in Gefahr und deswegen ist diese Suche nach dem Turm so das Allerwichtigste fürs gesamte Universum, weil alle Enden und Ecken, alle Welten hängen davon ab. Und dann kommt diese 19. Ständig taucht diese 19 auf. Ständig ist irgendein Name, der genau 19 Buchstaben hat. Es kommt Callahan vor, was ich schon so geil fand, der Typ von Brennen muss Salem sozusagen. Und dass der im Grunde auch vom Namen her Callahan, wie in Calabrine Sturges so, und man fragt sich, was hat das miteinander zu tun? Und die Schildkröte sieht man im Himmel und ständig diese Botschaften, diese komischen Zufälle, dieses K, was über allem steht. Es war mir einfach, es war mir ein Fest, das zu lesen. Und ja, das Buch hat zwischendurch seine Längen. Muss es ja fast bei Stephen King haben. Aber das hat mich nicht großartig gestört. Trotzdem war ich die ganze Zeit gehypt, weiterzulesen. Ich fand es genial, dass Callahan vorkommt, weil das jetzt nochmal so am Leib einer Person gezeigt hat, wie sehr diese ganzen verschiedenen Werke von Stephen King eben miteinander zusammenhängen. Dass es im Grunde ein gesamtes Universum ist und der dunkle Turm bündelt alles sozusagen. Callahan aus Brennen muss Salem. Brennen muss Salem habe ich vor, ich weiß nicht, vier Jahren gelesen ungefähr und ich fand es richtig gut. Und deswegen habe ich mich gefreut, dass der jetzt nochmal gezeigt wird. Und sobald davon die Rede war, dass der seine Geschichte erzählen soll, war ich schon gehypt auf diese Geschichte. Wie er nochmal davon anfängt mit dem Barlow, der ihn gezwungen hat, das Blut zu trinken. Und wie er dann aus der Stadt geflohen ist und was danach passiert ist. Das war dann tatsächlich ein bisschen langweilig, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich fand es auch ein bisschen schade, dass die Vampire so typisiert wurden. In Vampire Typ 1, 2 und 3, das hat das Ganze so entmystifiziert, finde ich. Vampire sind doch nichts, was du so in Kategorien steckst. Vampire sind doch mystisch und gruselig. Das macht das Ganze kaputt, wenn man jetzt so anfängt. Ja, es gibt Vampire von Typ 1, 2 und 3. Und da war ich auch so, das ist eigentlich ein bisschen untypisch für Stephen King. Dass der sowas macht, fand ich tatsächlich schade. Aber im Großen und Ganzen mega genial, dass Callahan vorkommt und Alter des Ende. Das ist so krass, wie jetzt einfach diese Wölfe auftauchen, die Roboter sind und die mit Lichtschwertern aus Star Wars kämpfen und Schnatze aus Harry Potter werfen. Und man fragt sich, wer zur Hölle ist Harry Potter? Also die Figuren in dem Buch fragen sich das sozusagen. Es ist so genial und am Ende finden sie in dieser Höhle das Buch, brennend muss Salem, wo Callahan so eine kleine existenzielle Krise kriegt, weil er sich fragt, was Sovanka? Ich bin doch keine ausgedachte Figur, mich gibt's doch wirklich? Und er hinterfragt alles und das ist Jesus Christ und Susanna ist schwanger. Und von diesem Dämon aus dem Band 3 war es genau. Alter, ich kann fast nicht mehr dazu sagen. Alter, abschließend kann ich einfach sagen, dieser Band hier war mir ein Fest. Und ja, The Drawing of the Three war bisher mein Lieblingsband. Und obwohl dieser hier ein paar mehr Längen hat sozusagen zwischendrin als es drei hatte, würde ich sagen, das hier ist mein neuer Lieblingsband. Einfach, weil ich jetzt das Gefühl habe, es geht richtig los. Es ist wirklich, jetzt habe ich viel mehr das Gefühl, man weiß, was es mit diesem dunklen Turm so ein bisschen auf sich hat. Man ist zielgerichteter auf den Turm. Die Rose, das K, alles hängt zusammen, die Bücher von Stephen King spielen alle eine Rolle, alles ist mittendrin zusammen gebündelt. Und jetzt werde ich auch definitiv den Rest des dunklen Turms in einem Rutsch lesen. Ich werde jetzt direkt, wahrscheinlich gleich nach dem Schnitt dieses Videos hier, mit Band 6 anfangen, den zu lesen. Und danach werde ich wahrscheinlich direkt Band 7 lesen. Weil wenn ich so weiter mache wie bisher, dann habe ich wahrscheinlich erst 2030 alles fertig. Erstens das und zweitens könnte ich jetzt echt nichts anderes lesen. Weil jetzt geht es richtig los hier. Ich würde sagen, Band 1 war so ein bisschen so ein Prolog. Band 2 war noch so ein, ja, Werkzeugkasten vorstellen. Die Figuren werden eingeführt, das Kartett aufgebaut. Dann kam Band 3, ja, okay, passiert ein bisschen was. Dann Band 4, was auch wieder so ein bisschen Charakter-Story ist, eben von Roland, so diese Backstory. Und jetzt kommt Band 5 und jetzt geht es erst richtig los. Und dann kommt Band 6, Band 7 und darauf bin ich jetzt hyped. Das will ich jetzt in einem Rutsch lesen. Spätestens jetzt. Wenn nicht schon davor. Spätestens jetzt bin ich wirklich, wirklich hyped auf den Dunklen Turm. Spätestens jetzt bin ich richtig into it. Und spätestens jetzt verstehe ich, warum diese Reihe so, so genial ist. Ja, das war es jetzt von mir. Schreibt mal gerne eure Meinung zu dem Ganzen in die Kommentare. Lasst euren Senf gerne hier. Klickt auf Abonnieren, wenn euch mehr davon interessiert. Und dann gibt es jetzt hier noch zwei Verlinkungen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Ciao.